so meine herrn und damen der sonne servus und herzlich willkommen zu einer weiteren folge der last of us part 2 wir sind auf dem weg zum krankenhaus zu nora danke für sein schalten und dass du das projekt unterstützt das kannst du weiterhin tun mit einem like einem meiner bewertung einem kommentar ich muss da durch kein loot okay da ist nix so 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 ready styles so 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 Das war's. Können wir da wieder Pfeile herstellen? Das ist natürlich sehr gut. Sonst ist hier nichts mehr. Okay. Okay. In Fortschritt. Jupp. Ja, ja. Habe ich jetzt öfter, weil ich habe kein Internet. Die Konsole ist nicht mit dem Internet verbunden. Ja, ja. 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 Ja. Komm, dreh dich um! Komm, dreh dich um! Das ist wenigstens weg, spart Munition, ist natürlich nie schlecht. Spart mir einen Haufen Ärger, sehr viel Munition. Ja. 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 isaac okay vom führer der wlf persönlich das stimmt er lieb geköpft okay spür ihre liebe was der helle macht das logo wir haben viel klebeband da könnte ich noch mal pfeile herstellen allerdings und Okay. Machen wir dann gleich. Machen wir das. Was ist das passiert? Was haben wir hier? Ein Haufen Kram. Shift. Ist das Lee? Ist das Lee? Ist das Lee? Ja, Page ist Rib. Man. Haben wir hier alles? Ich denke schon. Ich denke, hier sind wir durch. Hier gibt es ja kein weiteres Stockwerk mehr anscheinend. Was? Nö. Und das hätten wir. Yep. Äh, Lee. Okay. Aber nichts zum Bauen von Pfeilen, weil ich brauche Pfeile. So. Lassen wir durchschauen. Da ist zu. Da ist zu. Oh. Verweigert. Hm. Hm. Wie kommen wir da rein? Wir könnten. Einfach so rein gehen. Nix. Na. Für Pfeile. Werde ich gleich mal welche machen. Dann. Dann können wir nämlich wieder was. Was mitnehmen. Das ist nur schade, dass es nicht die Möglichkeit gibt zum Beispiel irgendwo eine kurze Rast einzulegen. Das ist schade. Jetzt schauen wir mal was wir an Teile haben. Ähm. 72. 70. 40. 70. 80. 80. 70. 80. 70. 85. 90. Geh nicht zurück! Was der? Nein, wollte ich jetzt nichts. Was zum Teufel, Leute? Oh, Mann. Okay. So. Wo kamen die denn auf einmal her? Ich denke, das können wir lassen. Ich habe nicht mehr Muni gegeben. Das ist vielleicht gut. Neuer Verbesserungszweig. Sprengstoff. Okay. Okay. Sprengpfeile. Oh, ja. Das klingt verlockend. Okay. 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 Dachtet ihr, ich wäre ein Wurf? Wahrscheinlich schon. Okay. Oh, oh, oh. ich glaube hier sind wir durch oder ich muss vorsichtiger sein ich muss vorsichtiger sein okay da geht es so in den keller hier ist anscheinend nichts mehr das sieht gut aus allerdings nicht so gut leer da geht es nicht mal hier reinschauen da steht eine tonne und kein loot ah muss da durch aha aha naja das wird ziemlich schlau das stimmt da oben ist was aber da komme ich nicht hin egal kann ich jetzt nicht ändern so okay das ist krankenhaus ich dachte ich wäre näher okay kann aber sehr gut zeichnen fällt mir gerade auf mal hier ist nix das ist okay so kein loot gut jetzt ist die folge auch schon wieder vorbei und hier lauert das grauen was uns hier drin erwartet in der nächsten folge der lasse war es zwei ich verabschiede ich verabschiede mich schon mal bis bald ich habe eine zwei und ich 2 ich ich auch